Wir sind hier bei unserem Netzwerktreffen. Es ist dafür da, dass alle Internet-Stars-Day-Kräfte bei uns im KSH Zeit miteinander verbringen und uns gegenseitig austauschen. Pflege International ist ja recht groß am KSH. Es ist hier einfach vollkommen egal, woher du kommst, weil jeder ist einfach gleich. Es ist auch einfach Spaß, auch nicht zu sehen, wie die unterschiedlichen Kulturen miteinander sind. Ja.